Was empfindest du, wenn du alte Videos von dir siehst? Ja, zum Beispiel mein erfolgreichstes Video mit den Supreme Cheeses kann ich mir nicht anschauen. Das ist Cringe. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Leute, momentan noch Lockdown in Österreich. Dementsprechend schwierig ist es, nach draußen zu gehen, Leute zu versammeln, nur um denen fürs Snitchen Off-White-Shirts zu schenken. Corona-Edition. Also muss man zurückgreifen auf Reactions und ich mache heute einen Q&A. Das ist mein letzter Strohhalm, an dem ich mich klammern kann. Q&A gab es tatsächlich, soweit ich mich erinnern kann, noch nie auf diesem Kanal. Also warum nicht jetzt machen? Drei Jahre, nachdem ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe. Oder länger, keine Ahnung, Leute. Ich habe euch auf Instagram gebeten, mir ein paar Fragen zu stellen. Ich habe da eine bunte Mischung aus unterschiedlichsten Dingen, auch private Dingen mit dabei, die ich heute in diesem Video beantworten möchte. Und vielleicht ist auch was für euch dabei, das euch immer schon mal interessiert hat. Wer weiß, vermutlich nicht, weil ich, wie gesagt, schon ewig YouTube mache, die meisten Dinge schon auf meinem Blogging-Kanal oder auf meinem Reaction-Kanal beantwortet habe. Aber wir retten uns da einfach drüber. Freunde, gehen wir Gas. Schauen wir rein in die Fragen, die ihr mir geschickt habt. So, ich beginne mit der ersten Frage. Welcher Porsche wird es werden? Also, dass ich mir irrsinnig gerne 2021 einen Porsche holen würde, das für mich aber immer nur ein unfassbarer Traum war. Wenn, dann käme nur ein Auto in Frage und das ist der 911er als Cabrio. Ich weiß aber noch nicht, ob ich vielleicht so ein bisschen auf diesen Oldschool-Vibe mit einem älteren Modell gehe oder ob es ein neuer wird. Aber ein neuer 992 kostet 180.000 Euro und das ist wirklich ewig viel Geld. Keine Ahnung, ob sich das nächstes Jahr ausgeht, aber es wäre natürlich ein Wunschraum. Es ist aber mir nicht so wichtig. Es wäre nice, muss aber natürlich nicht sein. So materielle Dinge sind mir nicht so wichtig, auch wenn vielleicht viele von euch das Gegenteil gehabt mögen. Gut, David Borgermann fragt. Willst du für immer in Wien leben oder kaufst du dir ein Haus in der Nähe von Wien? Mein Traum war immer, später ein Haus irgendwo am See zu haben. Also ich möchte später gerne ein Haus am Milchstättersee haben, das ist in Kärnten. Das hat für mich die perfekte Lage, weil viele Skigebiete in der Nähe sind, weil der See ein absoluter Traum ist, weil die Wasserqualität super ist, weil es nicht so voll bepackt ist, weil es nicht so viele Grundstücke gibt, wie das am Wörthersee der Fall ist, wo es fast finanziell unmöglich ist, sich da überhaupt noch irgendwas zu checken. Außerdem kriegt man keine Lizenzen mehr für das Motorbootfahren. Das ist alles am Milchstättersee noch möglich. Das wäre so ein Traum von mir, dort ein Zweithaus zu haben, um dann immer wieder zu pendeln zwischen Wien und Kärnten. Das wäre so ein bisschen ein Traum von mir. Niklas SP18 fragt. Warum fühlst du keinen Jordan? Ich sage es immer wieder, an manchen anderen schaut es cool aus, aber an mir halt eben nicht. Keine Ahnung. Ich für mich selber habe so das Gefühl, als würde ich einen Kinderschuh anziehen. Und ja, eigentlich läuft sowieso jeder mit Jordans herum. Von dem her finde ich es nicht so schlimm, wenn ich keine trage. Luki.neumeyer fragt. Wann kommt die nächste Kollektion? Also aktuell sind die Designs ja schon abgeschlossen für die nächste Kollektion. Hoffentlich wird sie Anfang März kommen. Das ist jetzt mal so der Zeitplan, den ich anziele. Ich hoffe, dass sich das ausgeht. Aber wie ihr wisst, mit unserer Produktionsstelle gibt es immer wieder Verzögerungen. Corona ist auch noch. Also das ist ein bisschen die Sache. Was wird das Thema der nächsten Kollektion sein? Die nächste Kollektion wird heißen Art Destrukteur. Also zerstörerische Kunst. Vielmehr möchte ich aber da eigentlich noch nicht verraten. Mehr aufmerksam die Vlogs, die Streams. Und ja, mehr habe ich eh nicht geschaut. Doch, doch, doch. Meinen Reaction-Kanal, alles unten verlinkt. Der bekommt natürlich immer mehr und mehr Sneak-Picks. Und auch auf Instagram gibt es schon Seiten, die da Sachen aus den Vlogs dann veröffentlichen. So, dass man wirklich so kleine Sneaks schon sehen kann. Wie geht es dir gerade? Mir geht es aktuell sehr, sehr gut. Gut, ich bin ständig am Arbeiten, ich bin unfassbar motiviert. Ich habe endlich meinen Drive so weit aufgebaut, dass er konstant bleibt. Ich habe Ziele, die ich konstant umsetze im sportlichen Bereich, im privaten Bereich, aber natürlich auch im unternehmerischen Bereich, seien es jetzt meine YouTube-Kanäle oder meine Modemarke. Da geht es voran und ich bin auch ständig bemüht, jeden Tag einen Fortschritt in den jeweils drei Bereichen zu haben. Und das macht mich sehr, sehr happy. Ich bin aber vor allem irrsinnig dankbar. Das war für mich immer so, ja, dankbar. Jeder sagt es so dankbar. Ich habe mir das persönlich nie vorstellen können, weil ich alles irgendwie so für granted genommen habe. Aber in letzter Zeit arbeite ich mehr und mehr an meiner Persönlichkeit. Natürlich auch durch Hörbücher und der Sport tut mir sehr gut beim Laufen, beim Reflektieren. Und ich entwickle eine Dankbarkeit und nehme das alles absolut nicht für selbstverständlich, sondern mir kommt manchmal einfach das Grinsen, weil es mich einfach freut, in was für einer glücklichen Lage ich bin und was für eine tolle Community ich habe, die mich bei Dingen supportet. Also aktuell geht es mir gut, aber durch das viele, viele Arbeiten habe ich doch auch immer wieder Situationen, gerade in letzter Zeit, wo es wirklich stressig war, wo ich kurze Momente habe, wo die kleinsten negativen Dinge mich unrund machen. Also ich habe dann ein komisches, beklemmendes Gefühl in mir, fast schon in Richtung Panik, aber nicht wirklich. Ich will jetzt auch nichts da verschreien, dass da noch mehr draus wird. Aber so mehr dieses Gefühl, das man damals hatte, wenn man eine Eintragung ins Mitteilungsheft bekommen hat oder eine schlechte Note nach Hause gebracht hat, so der Weg bis nach Hause. So dieses Gefühl kommt in mir immer wieder auf. Ich glaube, das liegt daran, dass jetzt einfach wirklich viel, viel auf einmal war und ich musste einfach einen besseren Ausgleich finden. Mal schauen. Vielleicht habt ihr Tipps. So sieht es aktuell bei mir aus. Wird es den Justizia-Hoodie noch geben? Nein, wird es nicht mehr geben. Also was sold out ist, ist sold out. Es kann natürlich sein, dass wir, ich würde jetzt nicht großartig mit Retouren rechnen, was den Justizia-Hoodie angeht. Jetzt ruft mich die Oma an. Oma? Grüß dich. Hast du Zeit zum Reden? Ich nehme gerade ein Video auf. Ich rufe dich danach an, okay? Ja, passt. Passt Oma. Danke. Bussi. Bussi. Was einmal weg ist, ist weg. Nein, bei C und A kaufe ich nicht ein. Aber bei H und M und Zara abgestoppt habe. Ich war aber schon länger nicht mehr. Sage ich auch ganz ehrlich. Ich war schon länger nicht mehr draußen irgendwo in so kleinen Stores shoppen. Willst du mal Kinder? Ja, jetzt kommen wir zu den persönlichen Fragen. Ja, ich möchte mal Kinder. Ich wollte immer zwei Kinder, ein Mädchen und einen Jungen. Aber in letzter Zeit habe ich so überlegt, dass es irgendwie cool wäre, vier Kinder zu haben, weil mit vier Kindern ist man schon so richtig, so eine richtige eigene Gang. Und das ist irgendwie cool, wenn du so mit deiner eigenen Gang, mit deiner Familie aufkommst und du brauchst sonst dann wahrscheinlich auch niemanden. Also das finde ich ganz nice. Pläne für 2021 bezogen auf MEM, aber auch deinen YouTube-Kanal. Der Plan für 2021 ist, mit MEM vier Kollektionen herauszubringen. Eine Kollektion sind die Designs tatsächlich schon fertig, mit denen beschäftige ich mich schon seit ein paar Monaten. Bin aber auch schon in Vorarbeit für die übernächste Kollektion, die ich dann im Juni raushauen möchte und danach noch eine im September, eine im November und dann soll auch noch ein Black Friday kommen. Also das ist so der Plan. Ich habe mir da eine straffe Timeline gesteckt und aktuell ist es auch so, dass ich wirklich einen Großteil oder wirklich einen sehr großen Teil meiner Zeit in die Marke hineinstecke und da schwerstens motiviert bin, mehr und mehr daraus zu machen. Das ist so eines meiner Hauptgoals und was YouTube angeht, möchte ich natürlich so erfolgreich weitermachen, wie ich es aktuell mit meinem Reaction-Kanal habe. Mein Vlogging-Kanal wird weiterhin durch mein Leben begleiten und auf dem YouTube-Kanal wird sich das Ganze so ein bisschen in eine Richtung verlagern, in der ich so ein bisschen zurückgeben möchte. Das werdet ihr aber jetzt auch noch mehr und mehr im Dezember sehen, was da für krasse Videos kommen. Ich will jetzt noch nicht übertreiben, es werden einige schockiert sein. So etwas gibt es im deutschsprachigen Bereich noch nicht. Wir bleiben natürlich bei der Mode, aber lasst euch überraschen, liebe Leute. Das sind so die Pläne für 2021. Wie fühlt es sich an, so erfolgreich zu sein mit MIM? Ich wollte das immer, aber jetzt wo es da ist, habe ich auch gleichzeitig ein bisschen Angst, das wieder zu fliehen. Das ist das erste Mal, dass ich mir meinen Erfolg verdient habe. Früher hat mein YouTube-Kanal, damals wo ich wirklich mehrere hunderttausend Klicks, teilweise eine Million Klicks hatte, ja, habe ich kaum was dafür getan. Und jetzt arbeite ich wirklich jeden Tag aktiv an meinem Erfolg und dadurch fühlt es sich auch so ein bisschen an, als hätte ich es vielleicht verdient. Aber gleichzeitig ist auch die Angst, es kann schnell gehen, dass es wieder weg ist. So, aber ich versuche die Angst nicht überhand nehmen zu lassen, sondern ich kann es steuern, indem ich weiter und weiter an mir und an meinem Unternehmen arbeite. Welches Design gefällt dir am besten bei deiner Marke? Gerade von der kommenden Kollektion habe ich sehr viele Favorites dabei, weil wenn man lange an einer Kollektion arbeitet wie an der aktuellen, dann sieht man sich irgendwo auch satt. Muss man auch sagen, wenn man das ständig, ich kenne die Designs seit August so, ja, und ich sehe die immer wieder. Aber ein Design, das wollte ich sagen, an dem ich mich absolut nicht satt sehen kann, ist das Jack the Ripper Design. Das ist meiner Meinung nach immer noch das Genialste. Mit dem ist auch die zweite Kollektion entstanden. Bist du zufrieden mit deinem Leben? 8,5. Ich habe da auf meiner Pinnband eine Zufriedenheitsskala seit 17.03.2019 und die aktualisiere ich alle paar Monate. Die war damals bei 3,0. 2,19 war ich nicht, meine, ja. Und jetzt ist sie bei 8,5. Also, so schaut es aus. Kommt bei M&M auch eine Basic-Line heraus, wie du im Vlog gesagt hast. Ich habe nicht gesagt, dass eine Basic-Line rauskommt, aber es wird bei der neuen Kollektion auch zwei Designs geben, die nicht Basic sind, aber in den Printings eher zurückhaltend und schlichter. Aber Basic würde ich nicht sagen, weil da kommt dann nochmal ein besonderes Ding noch mit dran, dass sich nicht im Design aussieht. Aber egal, ich will noch nicht zu viel spoilern. Mit welchem Alter hast du dich das erste Mal mit Mode beschäftigt? Meine Mutter hatte damals ein, also meine Mutter war Model, hatte später ein Modegeschäft und hat mir schon als Baby immer die tollsten und extravagantesten Klamotten angezogen und dadurch kam eigentlich schon im Babyalter, wenn man so will, im Kleinkindalter der Bezug zur Mode. Und mit zwei Jahren wollte ich dann schon mit einem eigenen Kopf durchsetzen und mir selbst aussuchen, was ich anziehe für die Schule oder whatever. Bist du stolz, ein Österreicher zu sein? Ich glaube, das merkt man. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele österreichische YouTuber, die es gibt, die sich extra mit ihrer Sprachweise dem Deutschen anpassen und versuchen, da möglichst wenig von ihrem eigenen Dialekt mit reinzubringen. Aber ich bin ein sehr stolzer Österreicher. Für mich gibt es kein schöneres Land auf der Welt. Ich würde niemals umziehen wollen. Und deswegen möchte ich das auch, deswegen werde ich mich auch nicht verstellen mit der Art und Weise, wie ich spreche. Ich könnte auch wie ein Deutscher reden und versuchen, mich hier anzupassen, damit niemand merkt, dass ich ein Österreicher bin, aber habe ich keinen Bock drauf einfach. Okay, was war deine Intention zum Schwanken von Merch auf eine richtige Brand? Liebe Grüße, Leon. Mode wollte ich immer machen und mit dem Track Die Schöne und das Hype ist, hatte ich dann irgendwann die Gelegenheit dazu, mal mich heranzutasten und eine gewisse Stückzahl als Merchandise für diesen Track zu machen. Das hat mir irrsinnig Spaß gemacht, das waren unglaubliche Flow-Erlebnisse in der Arbeit für mich. Ich bin da wirklich zwei Monate lang, ich hatte ja keinen Kontakt oder sonstiges, sondern ich habe wirklich durch Mailverkehr, durch Telefonate, alles von null an, von einer Zeichnung, ich glaube, die habe ich die ersten Skizzen schon mal hergezeigt, von einer Zeichnung von mir selbst dann nochmal auf, was war das, keine Ahnung, wie heißt das Programm auf Windows, wo man zeichnen kann, so ganz einfach gezeichnet. Also von null an habe ich das Ganze aufgebaut und da entstand einfach die Begeisterung, habe dann weitergemacht mit Maximilian Merch, wo da mein Gesicht drauf war und der Name und ganz ehrlich, ich habe das nie getragen. Also ich wollte nie mit meinem eigenen Gesicht und mit meinem eigenen Namen herumlaufen, die Produkte waren auch noch relativ günstig, die Qualität war ganz gut für das, dass in China produziert wurde und für den Preis, aber das war halt gar nicht das, was ich an Mode schätze. Und ich wollte einfach dieses Gefühl, das ich damals hatte, wo ich jetzt noch nicht in der finanziellen Lage war, mir zu kaufen, was ich wollte, wo ich mir wirklich Dinge geleistet habe. Wenn die dann ankamen, war die Vorfreude riesig, ich habe das aus der Verpackung herausgenommen, ich habe das zelebriert, dieses Paket auszupacken, ich habe die Stoffe gefühlt, die Wertigkeit gespürt, einfach ein gutes Gefühl beim Auspacken gehabt, mir die Kartons dann hingestellt und mich gefreut, dass ich mir das geleistet habe. Also dieses Gefühl wollte ich einfach mit meiner Marke später verkörpern und dieses Gefühl einfach an meine Kunden weitertransportieren und das war der Grund, warum ich da einfach eine Umstellung brauche. Weg von meinem Namen, lieber was Eigenes aufbauen, das für Qualität und für Mode und für Ausdruck steht. Das ist mir nämlich das Wichtigste bei der Mode. Wie viel verdienst du alle nur, was? Wie viel verdienst du circa nur durch YouTube? Alle Accounts zusammen, zwischen 6.700 Euro circa. Also das hat sich jetzt nochmal verbessert in den letzten paar Monaten. Früher war das deutlich, deutlich, deutlich weniger. Deutlich, deutlich, deutlich weniger. Ich würde sogar sagen, dass sich das verdreifacht hat in diesem Jahr. Okay. Ah, naja, aber man muss auch dazu sagen, ich habe jetzt drei Kanäle, davor hatte ich auch nur einen. Also, Maxl. Wird man jemals ein Rezept für Spaghetti von dir bekommen? Auf keinen Fall, das nehme ich mit ins Grab. Was empfindest du, wenn du alte Videos von dir siehst? Ja, zum Beispiel mein erfolgreichstes Video mit den Supreme Cheeses kann ich mir nicht anschauen. Das ist cringe. Aber ich lasse auch die Videos, die ich mittlerweile cringe finde, die mir unangenehm sind, mit Absicht am Kanal und nehme die nicht runter. Genauso wenig, wie ich alte Instagram-Bilder lösche, weil das ist ja trotzdem ein Werdegang von mir. Und ich war ja nicht immer der Typ, der jetzt selbstbewusst vor der Kamera steht und seinen Weg gefunden hat, sondern ich habe ja auch erst links und rechts Dinge ausprobieren müssen, um jetzt schlussendlich an dem Ergebnis angelangt zu sein. Und für mich ist es einfach wichtig, dass Leute, die, weiß ich nicht, in irgendeiner Art und Weise sich inspiriert fühlen oder die Dinge cool finden, die ich mache, dass die einfach sehen, dass ich auch meine Entwicklung hatte und dass somit jeder die Möglichkeit hat, irgendwas zu erreichen. So, ich war ja auch irgendein Kaschball auf YouTube früher. Wisst ihr, was ich meine? Und das soll man einfach erkennen. Drum, ich schäme mich nicht dafür, sondern das war halt ich damals, okay? Also, don't know, ich versuche halt da irgendwie, weiß nicht, wie ich sagen soll, aber zu zeigen, ich bin auch heute nicht frei von Fehlern, aber ich habe damals auch viel Scheiße gebaut, ja? Und habe es jetzt irgendwie, ich will nicht sagen, dass ich es geschafft habe, aber ich bin ganz zufrieden mit dem momentanen Stand. Hast du ein Vorbild? Ich habe sehr viele Vorbilder in unterschiedlichsten Bereichen, Musik, Marketing, Mode, wirklich in jeglichen Bereichen, aber auch in persönlichen Bereichen. Im Prinzip ist jeder, der mich auf irgendeine gewisse Art und Weise inspiriert oder von dem ich erkenne, dass ich was von ihm lernen kann, ein Vorbild für mich. Also, wenn ich random jemanden auf der Straße treffe und dem fällt mein Charism auf oder seine Güte, die mich erstaunt, dann ist das für mich ein Vorbild. Also, jeder, von dem ich was lernen kann, der mich inspiriert, ist für mich ein Vorbild. Darf ich das Video beenden? Ich bitte darum. Ja, Freunde, das war es von diesem Video. Geht eh lange des Todes. So lange war das gar nicht geplant. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie auf eine Art und Weise unterhalten. Vielen lieben Dank für diesen Support. Habe ich auch in dem Video schon gesagt, dass ich sehr, sehr dankbar bin. Jetzt geht es Schlag auf Schlag weiter. Bleibt gespannt, was da jetzt noch kommt. Ich gebe weiterhin Gas. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Lasst mir ein Like da. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr euch noch gefragt hättet, beziehungsweise was ihr gern von mir wissen wollt. Vielleicht werde ich euch auf ein paar Kommentare antworten. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Das war es von mir. Euer Maximilian.